Oh man, kann ich hier nichts wieder? Na ja, komm ich schau mal, aha Jetzt hab ich hier einen Platz frei Die sehen mich ja nicht, oder? Ach Moment, bevor ich hier hacke Ich hab schon lange nicht mehr gespeichert Oh Gott Zugriff gewährt Ah, toll Na gut, wenigstens eine Kamera ausgeschaltet Lol Sie wollen beste Innenstadt? Sie hier richtig Sie sich überzeugen selbst auf Computer Oh ja, hm Zuerst mal verkaufen Ähm So, jetzt sollte ich wieder Platz haben Oh, Raketen, wie schön Aber Echt? Episch, was man hier alles kaufen kann Sie mich machen an Ups Nee, nee Ich bin nur hier zum Spielen Keine Angst, Leute Ich glaube, dort schaue ich ein andermal vorbei Jetzt erstmal sehen, was das hier noch hat Ah, okay Ah, okay Ich habe in den vergangenen Tatsache Ich habe die Knie gesehen Was ist das nicht mehr? Was ist das nicht mehr? Die Knie ist das nicht mehr. Ich sage dich, die Leute nicht erinnert, alle sind nicht alle, oder? Da sind wir La 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 Unglaublich, dass Belltower Associates die Polizei von Hanksha in der Lower City unterstützen soll. Irgendwie haben diese Uniformen ein bisschen Transformers-Look. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Aber schön, dass ich durch das Klauen von Energieriegeln ein Level-Up habe. Oh Gott, was will ich jetzt? Ach so. Hä, und dann kriege ich das alles, oder was? Geil. Ja, ich glaube, dann mache ich das jetzt als nächstes. Ja, dann warte ich noch den Punkt. Oh. Was brauchst du da oben? Knacken? Hack-Equipment? Wie kommst du darauf, dass ich so'n Zeug haben will? Hey, ich will nicht auf die Zehn drehen. Ich sage nur, dass es im Rumboa-Hotel einen Händler gibt, der dir alles besorgen kann. Alles klar. Hab's kapiert. Schön. Oh, ok. Ja, ich fühle mich schon fast wie zu Hause. Was? Was? Zum Teufel. Oh, so. Was ist das? Was? Oh, was das? Oh, was? Ich hoffe, ich werde dir gebrochen. Oh, ok. Ok. Ja, ja. Ähm. Ja, dann gehen wir doch zuerst mal... Ja, wo denn überhaupt hin? Muss ich jetzt hier rauf, oder was? Naja. Ich bin skeptisch. Aber es scheint... Es scheint richtig zu sein. Na, das Problem ist jetzt, finde ich keinen Übergang. Ah. Nein! Du hasst mich doch einfach nur. Ich bin wieder auf der falschen Seite, oder? Es ist ein praktisch nicht vorhandener. Ach Gott. So. Ging ja auch. So. 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 Peace. So. 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 Wann ja auch einfach. So. Tooh. Jetzt ist es gut, ich bin ein Teil bei der Verordnung. Kaufen! 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 Hauptsache, dir geht es zum Arsch vorbei. Ich habe kein Problem damit. Ich kann ja... ...klettern. Und auch nicht. Oh, mir gefällt das Ganze hier ganz und gar nicht. Oh! 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 Da darf niemand rein. Sahne ich auf Englisch. Das ist eine bescheuerte Frage! Nicht jeder versteht die Zeichensprache einer auf sich gerichteten Pistole. Zugriff gewährt. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, ich glaube hier unten ist nichts. Beziehungsweise einfach ein anderer Weg, der mich hierher gebracht hätte. Ich laufe von der Kanalisation aus. Naja. Hauptsache ich komme zum Ziel. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, wo bin ich hier überhaupt? Ach stimmt, rausfinden, ob die Adresse eine Falle ist oder nicht. Hauptsache alle Wohnungen sind offen. Huh. Ah. The plot thickens. Ah. 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 Oh Mann. Aber auch noch einen Schuss. Ah. 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 Krass. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich hier nicht ohne zu sterben reinkomme. Moment, bevor ich irgendwas... Oh Gott, das ist lustig, also. Zugriff gewährt. Ah, Entschuldigung, also, nur für Hive-Vips, haha, Hive-Party, ok, schön zu wissen, Scheisse, was soll das, Windmill Hub, drsch, Lady, nie so wütend gesehen, BT-Trupp unterwegs, keine Rücksicht, ich empfehle Flucht, Transcendental, Transcendental, ok, Chatlock oder was, ah ja, Hive-Master bist du da, rangehen, 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 bitte, Mr. Van Bruggen, so eine Überraschung, ja toll, spricht euch direkt mit den Vornamen an, was soll's, keine Zeit zum Plaudern, steht Jobangebot noch, kommt darauf an, was tun sie, Arie, wofür ich bezahlt werde, nur diesmal sind Klienten nicht zufrieden, das ist sie nie, Arrangement with HQ, äh, HK, könnte eine Weile dauern. Geben Sie Pritchard Bescheid, Malek, der Hacker, der uns angegriffen hat, nennt sich Windmill, richtiger Name, Arie van Bruggen, Belltower soll ihn verhaften. Verhaften oder beseitigen? Wie auch immer, als er beschossen wurde, ist er untergetaucht, wir müssen ihn finden. In der Nähe der Stelle, wo ich sie abgesetzt habe, gibt es einen Nachtclub, The Hive, er ist in Schwarzmarktkreisen berüchtigt. Wenn der Holländer auf der Flucht ist, geht er dort als erstes hin. Ich rede mal mit dem Besitzer. Oh. Ach, ich hätte hier einfach weitergehen können. Na, auch gut. Ich frage mich, ob das eine schlaue Idee war, den Aufzug zu benutzen. Ach, es wird schon keiner auf mich schießen. Nein. Okay, so million. Keine Ahnung, ich hoffe, das ist Physician hier in Schwarzmarktkreisen. Iket das列, ich equi